passt schon leckt mich doch muss man den brand löschen und willigen brand löschen ich habe einen neuen Schuss wer ist er denn wer ist er denn wer ist er denn tschüss du sollst hochgehen die leite hochkommt genau was ist mit ihm denn ver- oh mein gott tschau 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 tschüss wer ist er denn tschüss ich glaube er ist weg wer ist er denn warum kriegt er keinen schaden oh mein gott oh mein gott Oh Gott nein! Marvin! Ich habe einen Schuss noch. Tut mir so leid. Ach nö. Alter, weh, der kommt hier runter, ne? Wo kommt er denn jetzt her? Was ist mit dir? Aua! Lass da... Was ist denn mit ihm? Toll. Was ist denn mit ihm, Alter? Geh mal weg! Leck mich, du Affe! Geh weg! Oh, Scheiß! Die wandern! Was ist denn mit dem, Alter? Den kann man ja gar nicht besiegen, oder was? Will der mich verarschen, Alter? Was ist denn mit dir? Hau mal ab, du Affe! Hä? Was ist denn bei ihm falsch? Der will mich verarschen, Alter! Der will mich verarschen, Alter! Der will mich verarschen, Alter! Oh Gott! Wie, Digga! Wie soll man dem denn entkommen? Jetzt muss ich die ganze Zeit vor dem flüchten, oder was? Und nebenher noch Zombies killen, die überall wieder respawned sind? Pick dich, Spiel! Ich glaub, die haben sie nicht mehr alle! Was ist denn bei denen falsch? Leaker! WTF? Hau mal ab, du Affe! Kann ich hier irgendwie abschließen? Nee! Kann nur mal aufmachen für ihn! Klar, komm rein! Gar kein Problem, Digga! Der will mich doch verarschen, Alter! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Durch die Bibliothek, Aufenthaltsraum, Bibliothek, links, und vor allem da sind überall die Viecher respawnt. Und ich hab halt drei Schuss. Wie soll das funktionieren, Alter? Hau. Alter. Vor allem wenn du nur einen Tick angeschlagen bist, du kannst dem halt null mehr entkommen. Alter, wenn die hier auch allen respawnt sind, dann... Das kann doch nicht wahr sein. Wie zum Weg soll man denen denn entkommen? Dem. Nicht denen, dem. Hau. Das ist ja komplett unmöglich. Wie zum Fäck. Alter, ich hab keine Muni mehr wie der... Ähm. Pfff. Hä? He? Pfff. He? Wie zum Teufel soll ich den denn entwischen, Alter? Da! Das kann nicht wahr sein. Wie soll ich dem denn entkommen? Killen kann ich den ja nicht, der ist ja anscheinend unverwundbar, der Mongo. Wie zum Fick soll man dem entkommen? Ja, den scheiß USB-Stick hab ich auch noch nicht. Hau, Alter! Alter, wie denn? Guck dir mal wieder in den Raum rein. Wie zum Fick soll ich dem entkommen? Guck dir mal wieder in den Raum. 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 Guck dir mal wieder in der Rufeyeah. Guck dir mal wieder in den Raum. Aber du soll j imperrier하지. Mann, das hier. Alter, das ist der Schluss. Alter, wie soll ich den... Schön, aber wie soll ich dem denn entkommen, Alter? Das ist ja absolut unmöglich. Pass auf, der steht gleich wieder vor der Tür. Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Wie? 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 Hier will ich gar nicht rein. Shit, da muss ich aber rein. Hä? Jetzt ist es hier. Leck mich! Ciao! Ich bin hier raus! Ciao! Oh nein, Mopsi Klopsi kommt schon wieder. Das ist doch unmöglich, Alter! Wie? 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 Nein! Speichern. Alter, wie... Ich bin richtig... Das sieht man gar nicht. Ich bin richtig am... Am Zittern, Alter. Schön, aber wie zum Fick soll ich dem denn entweichen? Alter, ich habe schon zwei von den Heildingern ausgebraucht. Das kannst du mir nicht erzählen. zt? Sorry. Da durchs Büro, in den Schließfach. 2, 0, 3. War das nicht 2, 0, 3? Doch, zurück. Und 1, 0, 3. Keine Ahnung, packt es irgendwo hin. Oh. Hilfe! Alter! Okay, den lilanen Schlüssel haben wir aufgebraucht. Schön, dass wir das jetzt auch mal wissen. Alter, ich habe keine Muni. Ich habe nichts mehr. Okay. Okay. Hier kann ich speichern, hier kann ich auch den Film machen. Okay, raus. Links rum. Und dann kenne ich den Weg. Oh Gott. Alter, verschwindet der auch mal irgendwann? Oh Gott. 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 Fick soll ich dem denn entkommen, Alter? Wie? Und überall hängen noch diese komischen fetten Viecher von der Decke, Alter. Die auch noch super viel Schuss vertragen. Das ist nicht wahr. Wie ist so hell? Wie ist so hell? Wie? Der ist ja ein Superman Irish 10 oder so. Alter, der verträgt ja alles. Ciao, Kumpel. Muss man hier lang. Hilfe! No! Toll! Leckt mich, alle beide. Oh, fuck. Da oben war auch eine schlechte Idee. Oh, Ficken! Super. Ficken! Keine Mutti mehr. How? Wie zum Fick? Wie soll ich den denn entkommen? Das geht nicht. Spinnend in 3F. Da oben. DCM. Leckt mich! Ich hab'n fetten Kloß am Arsch. D C... C... M. Das ist... Das ist absolut unmöglich! Das ist vollkommen irre! Oh, Schlüssel weg. Den hab' ich ausgebraucht. Boah. Das ist komplett krank. D Nein. Das ist voll übertrieben. 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 Was soll ich denn machen? Das ist voll übertrieben. Das ist voll übertrieben. Das ist voll übertrieben. Das ist voll übertrieben. Das ist voll übertrieben.